So, meine Damen und Herren, das Ensemble der Verein Venite hat bereits Platz genommen. Wir erleben nun eine Uraufführung des Hymnus Festival der Nationen, komponiert von Gerald Spitzner, der selbst auch an der Mandoline zu hören wird. Die Solisten sind Ming-Huang Pipa und Frau Renate Spitzer. Und das Ensembleverein Venite wird diesen Hymnus zur Uraufführung bringen. Danach dürfen wir die offizielle Eröffnung erleben durch den Herrn Bezirksversteher von Donaustadt und das Anzünden der Öllamme. Aber nun freuen Sie sich auf den Hymnus Festival der Nationen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Musik 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 Vielen herzlichen Dank das Ensemble Venite, vielen herzlichen Dank Herr Gerald Spitzner für die Komposition dieser wunderbaren Hymne Festival der Nationen und für die Uraufführung. Noch einmal einen Riesenapplaus bitte. Applaus Musik 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 Musik